Und das hier auf der linken Seite, das habe ich hier auch. Also hier eins, das habe ich. Okay. Ich finde es übrigens gut, dass diese Spawns nicht fest sind, weil er hat gerade im Video literally denselben Spawn bekommen. Also original denselben. Ja, da ist auch einer. Das ist bescheuert. Ich dachte, das sind Random Spawns. Ne, ne. Das sind fixe Oberwelt-Encounter. Jetzt zu der Insel hier. Dahinter ist angeblich eins. Ja, nicht bei mir. Dann habe ich das wahrscheinlich schon. Hier auf der Insel ist Kain. Vielleicht dich dann rüber auf die Den-Insel. Hier ist eins mittendrauf. Das habe ich auch. Dann fahre sie weiter nach da. Ich hasse das, wenn ich sie nicht selber finde und in irgendeinem Guide nachgucken muss. Besonders diese Wasser-Areas. Hier war eins. Das habe ich. Das sehe ich zwar nicht. Okay. Dann rüber zu der Baum-Insel. Ich weiß nur, wie ich Wetti einfach weiter King dem Harz-Insel nennen. Einfach aus Prinzip. Vielleicht war ich einfach blind hier. Hier am Strand ist eins. Das habe ich. Hier im Gras war auf eins. Das habe ich auch. Hier beim Stein. Aha. Das war das letzte, was mir gefehlt hat. Ich schwöre. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich das vorher beisehen habe. No way. Das ist einfach. Die spawnen nicht immer. Ich bin da inzwischen fest von überzeugt. Das gibt es nicht. Okay. Das heißt, die ganzen Wasser-Gebiete bis auf das hier und das hier haben wir fertig. Aber ich glaube, die gehen. So, das heißt, ich habe jetzt das ganze Gebiet hier. Okay. Grußgefilde ist next. Nicht wieder reingehen. 13 in den Grußgefilden. 13. Okay. Ich denke, wir fangen am Bahnhof an. Was möchtest du von mir, Meryl? Wirklich? Ich habe kein Meryl? Moment. Ach ja, aber ich hatte schon ein Zorro, weshalb. Oh Gott, in welche Box schmeißt er das jetzt? Äh, das ist die falsche Taste. Ähm. Okay, das heißt, der hat das hier hinten dran geschmissen, ja? Ja, da ist es. Okay. Ja, da ist es. Okay. Also systematisch von hier hinten arbeiten uns jetzt erstmal nicht strandlang. Ohne Fahrrad. Nicht. So, geh mal weg, Pummelov, ich will nicht mit dir spielen. Ein bisschen krabbi. Hier ist eins. Nur noch 12. Nur noch 0. 1. 2. 2. 2. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 8. Okay, ich sehe noch eins. Jetzt gucken wir uns erstmal den Strand lang. Das ist nicht der Strand, aber ich wollte einfach noch mal sicher gehen. Der Strand sieht bisher relativ relativ dick da frei aus, außer ich bin wieder der übelste Blindfisch EU. So, aber hier ist eins. Nur noch 10. Ist hier eins dran? Nope. Irgendwann versteckt sich ein Dicker unter so einer Pflanze. Und deshalb sehe ich es doch nicht. Hier drin eins. Nope. Ach, ich wollte um dich rumlaufen. Ich habe dich doch schon. Was will ich denn mit einer Hasenzucht? Ich glaube ich mache die Brücke zuerst mal so zu einem Cutpoint. Weil darüber will ich gerade noch nicht suchen. Ich würde zuerst mal hier unten suchen. Kann man da rauf? Ich glaube nicht. Nope. Hier ist eins. Noch 9. Nein. Hier ist nix. Da ist eins. Nein. Das hier ist ein Stein. Goddammit. Ist das hier? Hier war ich gerade schon. Hier ist nichts. auch nicht so cool ich die idee auf bin dass das erste pokémon ist draußen hast mit dir rumläuft ich würde das gerne irgendwo ausschalten können immer davon aus ich habe alles ich gehe mal davon aus zumindest bis zur brücke außer hier ist irgendwie noch eins oder zwei oder drei nur noch acht nur noch gehört das hier auch dazu ich glaube nicht oder okay das ist tatbarkeit das wäre halt ultra sneaky gewesen wenn in so ein tunnel rein führst und rechts und links ist immer so ein kleiner fahrt wo eins drauf wäre habe ich auch schon gott pokodex vervollständigen macht auch noch super lustig obwohl es geht glaube ich bis auf das eine schwertschwert exklusive okay du zielst nicht ne hätte ja sein können da ist noch eins wie habe ich das übersehen okay okay Zeit hier alles abzugrasen so gerade jetzt fühlen wir nur noch sechs ne sechs oder fünf obwohl wir nicht der NPC steht ja direkt da zum nachgucken jetzt sind es noch fünf hier ist es drin oh Gott warum immer dieses hohe Gras äh hohe Gras dieses gestriptet und so hier da ist ganz da ist ganz andere Richtung nope hier unterm Baum super 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 mitten auf dem Weg wird keins liegen zumindest mal hart das hier wäre so ein Spot gewesen wo es mich nicht gewundert hätte ich wusste es noch vier okay das ist der Sumpf ich meine dass es halt regnet macht es auch nicht besser ne ich meine ich könnte einfach das Wetter ändern aber aber was 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 machen wir mal eben obwohl ne für die letzten paar ist das jetzt auch egal ich meine solange es nicht Sandsturm ist müsste ich alles finden Sandsturm ist halt einfach keine Nies das ist ne Wand das ist ne Wand das ist ne Wand Hat sich eines getarnt und sitzt hier vielleicht im Beet. Meine Idee war richtig, falsches D. Hier scheint nichts drin zu sein. Hallo Buddeltante. Buddelt mir mal ein paar Erze aus. Noch einen. Shit. Ja, zwei ist halt der Safe-Bet. Noch zwei. Ist nur die Frage wo, ne? Hier am Baum. Nein. Hier scheint auch keins. Hm. 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 Nein, aber ich bin da so abgelaufen. Aber hiervon gab es glaube ich eine Karte. Warte mal. Ich glaube hiervon gab es eine Karte. Okay, es gibt ganz ganz viele anscheinend. Ich versuche das jetzt mal mit der Karte abzulaufen. Die sind hier wenigstens nummeriert. Das heißt, ich finde sie auch. Am Bahnhof sind angeblich drei Stück. Also irgendwo da in der Nähe von dem Baum sollen drei Stück sein. Ich sehe es. Da. Sneaky. Jetzt wird mir auch noch eins. Okay, lass mir hier durchgehen. Das habe ich. Wie müsste eins sein? Hier ist eins. Das habe ich. Okay. Das hinter den Kisten habe ich. Wo ist denn das? Nummer 6. Oh, das ist das da hinten habe ich. Glaube ich. Glaube ich zumindest. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Das müsste hier sein. das habe ich sieben ist auf dem weg zur brücke das war das hier ich hasse das fahrrad ich weiß nicht warum oh mein gott angriff der wilden pummel los geht weg haben wir es an wo ist denn mit der acht acht ist über dem bahnhof aber das ist so komisch aufgezählt hier quasi hier das habe ich 9 ist dann brückentechnisch dahinter hinter der brücke rechts und ein stück in dem das wäre das hier das habe ich auch wo ist 10 ich glaube ich weiß welches 10 ist das hier oben also ich auch schon habe ich gehe jetzt alle durch und habe dann alle und denke mir so wo ist das letzte 11 ist hinter den bilden ich sehe es oh mein gott wir habe ich schwöre das war eben nicht da das hier habe ich das übersehen hier habe ich diesen kleinen scheiß übersehen ich packe es nicht holy fuck das gibt es nicht jedes mal ok wie viel haben wir eigentlich inzwischen schon bei der hälfte hoffentlich 49 ist weitere sind da 81 habe ich gefunden mir fehlen doch genau 70 ok oh belohnungszeit let's do this nice alolan rai chu geht und bei 75 ja Oh, nice. Da weiß ich noch eins. Und zwar... Ach, das ist das. Lange Hals. Yeah, richtig. Okay, bei 100 wieder. Also in 30. Okay. Großgefüllte habe ich alle 18 im Sumpf. Ja, der Sumpf macht mir Angst. Der Sumpf macht mir ein bisschen Angst. Ich muss zumindest mal die Overkarte vom Sumpf gucken. Ach du Scheiße. Das hier ist der Sumpf. So, halten wir uns das mal links. Gut. Nummer 1. Können die hier drin sein? Das wäre so gemein, wenn die hier drin sind. Der Hälfte hat nur Ars beim Mund durchschleichen. Ja, ja. Brüll rum. Hier sehe ich jetzt spontan nichts. Wirklich? Warum die so, Frank? Warum? Wie mir heimtückig von hinten in den Rücken fällt. Na, geh weg. Mein Hauptproblem ist einfach, dieses Gebiet systematisch zu durchsuchen. Ist ätzend. Hier muss ich halt Ars beim durchlaufen. Wenn da eins drin wäre, die würde ich niemals finden. So wie das hier. Das habe ich auch nie gesehen. Nur noch 16. Nur noch. Hier ist nichts dran. Hier ist nichts dran. Hier drunter. Nope. Hier auch nicht. Hier hinten vielleicht. Nope. Okay, okay. Lecker. Noch 15. Da ist noch eins. dann siehst du die gebiete so vollgepackt mit denen aber du musst die halt erst mal sehen wird das ja auch sonst was die gehört auch dazu ich hoffe mal dass es keine im wasser gibt ich glaube das war es ich glaube hier sind keine mehr ich glaube das würde außerdem null sinn machen fangen wir jetzt echt an mit pokémon und sinn möchtest du wirklich jeden von hops glorreichen gedankengängen hinterfragen ich glaube er nicht wo sind die habe ich nicht gesehen das war eins was ich nur durch spam gefunden habe das da oben habe ich gesehen du möchtest nie wieder in deinem leben hopp sehen dann spiel nicht das ende von dem dlc hier bis dahin ist alles gut weil dann taucht nämlich haupt auf und dann ist es vorbei deshalb weißt du das ding ist halt er taucht auf und denkst ja so das ist schon das erste und er schafft das einfach innerhalb der ersten vier sätze die er redet die schon wieder auf den sack ich sehe ich dann sturm und hier ist sonnig okay ihr geht ihr halt in den ersten vier sätzen spieler voll auf den sack so 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 so